In den Briefe der Meisterzauberin führten unsere drei Helden auf eine felsige und windgepeitschte Heide. Dort sollten sie Selius suchen, den so mysteriös verschwundenen Prinzen. So und damit herzlich willkommen zurück zu... Herzlich willkommen bei Folge 4. Äh, schauen wir mal... Habe ich einen Grund da runter zu wollen? Gibt es hier unten irgendetwas? So... Hm... Hier... Brauchen wir unseren Zauberer... Na? Äh... Herr Zauberer? Ah... Gut... Falsche Tasten benutzt. Das schaut wieder nach... Schildarbeit aus... Moment... Geht es hier oben weiter? Nein... So... Da... Oben... Plum plum plum... So, dann sind wir erst mal sicher hier. Und dahin. So. Bequem. Ähm. Nächste Kiste. Ich weiß noch nicht warum ich da oben ein Gitter hatte. Moment. Kiste. Wenn ich dich hier hinpacke. Dann kommen wir hier rein. Okay wir kommen sogar durch. War hier oben noch etwas? Na komm los. Okay du kommst noch nicht hoch. Dann lassen wir das mal liefern. Okay. Die nächsten Wölfe. Oh Gott. Was bist du denn für ein Hansel? Warte. 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 Dann. Da geht es wohl nicht lang. Dann. 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 so ein ding springen springen geht nicht gut dann erstmal der zauberer wieder hier rüber flaschen gut moment okay das reicht nicht oh Nochmal. So. Mädel. Scheiße. So. 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 Gibt es hier hinten noch irgendwas interessantes? Nein. So. Da oben. Und es nieselt. Hoffentlich nicht tragisch, wenn sich der Prinz eine Schnupfen holt. Wie paar Regentropfen machen uns nichts aus. So. Nein. Spring höher. Ach. Ach komm. Na. Ich werde verrückt. Drehen, drehen. So. Wer sagt's denn? Ähm. So. 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 Ich hoffe es einfach mal. Warum kann ich hier unten lang? Nedel. So. Gehen wir erstmal wieder auf unseren Schwertmeister. War das der Adler? Hallo, Adler. Danke für eure Hilfe, werte Dame. Ach Quatsch, nicht, nicht du. So, kannst du das bitte festhalten? Hier geht es nicht entlang. Danke, Fräulein. Adlerin. 50 Sterne. So. Drauf. Und her damit. Moment. Ähm. Moment. Wow. So. Ein bisschen. Hauen. Magier. So. Ebel. Ah, nein. Und. Und. Ebel. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Untertitelung des ZDF, 2020 So geht's, doch Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht hier hoch muss Okay, muss ich nicht Ähm, hallo? So, und damit beenden wir mal diese Folge Tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao